Den beliebten Teal & Orange Look in Affinity Photo erstellen. Viel Spaß mit dem Tutorial. Bevor wir gleich mit den genauen Anpassungen starten, wollen wir erst kurz verstehen, was Teal & Orange eigentlich bedeutet. Dazu habe ich hier ein zweites Projekt vorbereitet, in dem ich den Look schon erzeugt habe. Wir haben hier ein Ausgangsbild mit ziemlich kräftigen Farben. Deshalb sehen wir die Auswirkungen hier auch sehr stark. Wenn ich das mal aktiviere, dann haben wir hier eben diese kräftigen blaugrünen und orangenen Farben. Das ist das, was Teal & Orange ausmacht. Teal, Blaugrün und Orange. Das sind die Farben, die wir haben wollen. Und es geht dabei darum, dass wir die Farben nicht künstlich hinzufügen, sondern dass wir die vorhandenen Farben im Bild in diese Farben umwandeln. Dass wir dieses blaue Wasser hier im Bild in Blaugrün umwandeln und genauso hier aus den Blättern und der Wiese in diesem Fall eben schöne Orangetöne machen. Ja, das ist also unser Ziel. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt genauer an. Die Bilder, die sind natürlich auch verlinkt in der Beschreibung. Und wir starten damit, dass wir die Anpassungen öffnen und hier einmal die selektive Farbkorrektur aufrufen. In der selektiven Farbkorrektur wollen wir jetzt eben einige Einstellungen treffen. Da starten wir hier mit den Rottönen, achten darauf, dass der Haken gesetzt ist bei Relativ und beginnen dann mit dem Zierenregler, den wir auf minus 50 Prozent stellen. In diesem ersten Schritt wollen wir erstmal diese Orangetöne erzeugen. Dazu machen wir dann so weiter, dass wir Magenta ebenfalls auf minus 50 Prozent stellen und Gelb stellen wir wiederum auf plus 50 Prozent. Wenn wir hier mal darauf achten, gerade auf den Hintergrund und auf die Hauttöne, dann sehen wir, dass wir jetzt diese eher rötlichen Töne, dass wir die jetzt eher gelblich gemacht haben. Das ist natürlich noch nicht das, was wir wollen. Wir wollen das in ein schönes Orange verwandeln und dazu wechseln wir jetzt die Farbe von den Rottönen auf die Gelbtöne und in diesen Gelbtönen wollen wir jetzt Zieren auf minus 100 Prozent stellen und um noch ein wenig weiter von diesem Gelb hier wegzukommen, wollen wir das Ganze eben noch so ein bisschen wärmer machen und ziehen dazu den Magenta-Regler auf plus 50 Prozent. Und ich denke, du siehst schon, jetzt haben wir eben diese schönen orangenen Farben für das Bild erzeugt, hier einmal vorher und hier nachher. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich diese blauen Farben. Dazu ziehe ich das Fenster hier mal nach links, denn blau haben wir vor allem hier in dem Gebäude und natürlich dann auch in diesem Bereich. Und um dieses Blau-Grün jetzt zu erzeugen, wechseln wir mal weiter hier auf die Zieren-Töne. Und diese stellen wir so ein, dass wir Zieren selbst den Regler auf plus 100 Prozent stellen und Magenta wiederum nehmen wir etwas raus auf minus 50 Prozent. Das hier sind soweit die entscheidendsten Einstellungen für diesen Look und ich denke, du siehst auch schon, wenn wir das jetzt mal aus- und einblenden, dass wir im Grunde diesen Teal- und Orange-Look alleine damit schon erreicht haben. Jetzt können wir noch eine weitere Anpassung vornehmen, die zwar in diesem Bild keine große Auswirkung hat, in anderen Bildern mit anderen Farben, aber eben schon. Und deshalb gehen wir noch auf die Blautöne und ziehen hier den Zieren-Regler auf plus 100 und Magenta auf minus 100. Damit haben wir den Look erzeugt und damit man diese Einstellungen hier jetzt nicht jedes Mal neu treffen muss, können wir uns das Ganze natürlich als Vorgabe abspeichern. Bedeutet, wir können auf Vorgabe hinzufügen gehen, können dem Ganzen hier einen Namen geben, zum Beispiel Teal and Orange und eben abspeichern. Jetzt, wo das Ganze angelegt ist, wechseln wir mal auf ein anderes Projekt. Für dieses Bild wollen wir jetzt genau den gleichen Look erzeugen und dazu einfach unsere Vorgabe verwenden. Eine Möglichkeit, um eure Vorgabe aufrufen zu können, wäre folgende, und zwar, dass ihr in das Anpassungsfenster reingeht. Falls ihr das nicht eingeblendet habt, könnt ihr das oben in der Leiste über Fenster und hier über Anpassungen einblenden. Gehen wir also da rein, dann können wir hier die selektive Farbkorrektur heraussuchen, ausklappen und dann seht ihr hier eure angelegten Vorgaben. Teal and Orange lässt sich da jetzt eben finden und wenn wir das anklicken, dann wird das direkt übernommen und die selektive Farbkorrektur öffnet sich auch. Und jetzt sehen wir natürlich, hat direkt schön funktioniert, der Look wurde übertragen. Allerdings ist es natürlich so, dass dieser Look bei jedem Bild anders aussieht und dass es selbstverständlich auch notwendig sein kann, diesen Look nochmal auf ein spezielles Bild abzustimmen. Und in diesem Fall gefallen mir persönlich zum Beispiel die Orange und vor allem so die Hauttöne nicht so richtig gut. Und wie wir da jetzt noch so ein paar feine Verbesserungen und Veränderungen vornehmen können, das wollen wir uns jetzt anschauen. Da starten wir wieder mit den Rot-Tönen und wir sehen in diesem Bild ist so unser Ziel, dieses Gelbliche so ein bisschen loszuwerden. Wenn wir hier einfach den Magenta-Regler nach rechts bewegen, dann sehen wir, verwandeln wir dieses Gelbliche Orange in Rot. Wenn wir zu weit gehen, kommen wir natürlich wieder weg von unserem Look. Aber wenn wir anstatt auf minus 50 hier einfach so auf minus 45 bis minus 40 Prozent gehen, sowas dazwischen, dann macht das in diesem Fall doch nochmal einen ganz deutlichen Unterschied, wie ich finde. Und sieht einfach viel, viel besser aus für dieses Bild. Und um das Gelb noch ein bisschen mehr loszuwerden, kann man dann hier auch noch auf die Gelbtöne selbst gehen und hier den Gelbregler nochmal auf minus 50 stellen, um das Gelb einfach nochmal so ein bisschen rauszuziehen. und ich finde, jetzt sieht dieses Bild doch nochmal deutlich besser aus. Ja, das einfach als Tipp. Diese Feinabstimmung von Bild zu Bild, die macht natürlich Sinn. Das, was wir uns hier abgespeichert haben, das ist aber eine tolle Vorgabe, eine tolle Grundlage, die man für seine Bilder verwenden kann, um sie dann anschließend nochmal fein abzustimmen. Und ich denke, so siehst du, so kannst du ab sofort mit nur einem Klick auf deine Vorgaben einfach diesen Look übertragen und in vielen Fällen ist es dann auch gar nicht notwendig, das Ganze noch weiter abzustimmen. Du siehst hier einfach nur die Vorgabe, angeklickt und direkt haben wir ein wirklich schönes Bild. Und ob man daran jetzt noch was verändern muss, das kommt dann natürlich immer auf die vorhandenen Farben im Bild an. Jetzt ist es aber natürlich so, dass dieser Look, dieser Teal- und Orange-Look, einfach nicht für jedes Bild geeignet ist. Denn ob dieser Look gut funktioniert, ist immer davon abhängig, welche Ausgangsfarben wir im Bild vorhanden haben. Und wenn ich den Look mal auf dieses Bild anwende, dann sehen wir, das mit dem Orange, das funktioniert zwar ziemlich gut, aber in diesem Bild fehlt komplett das Blau. Und das liegt natürlich daran, dass eben diese Farbe von vornherein gefehlt hat und dementsprechend auch dieses Blau-Grün hier gar nicht erzeugt werden kann. Es macht natürlich mehr Sinn, einfach Bilder zu verwenden, bei denen der Look direkt funktioniert. Das sieht dann natürlicher und besser aus. Aber wenn du ein Bild hast, bei dem das nicht funktioniert, kannst du trotzdem künstlich diese Farben hinzufügen. Und wie das geht, möchte ich dir auch noch zeigen. Wir gehen dazu wieder auf die Ebenen und wollen hier jetzt für unser Bild eine zusätzliche Anpassung hinzufügen. Und zwar können wir das tun mit der Farb Balance. Einmal die aufrufen. Hier können wir praktisch Farben für die verschiedenen Helligkeitsbereiche einstellen, also für die Schatten, Zwischentöne und für die Lichter. Und wenn wir mal auf die Lichter gehen, dann können wir diese zum Beispiel hier in das Cyan reinziehen. Ja, das ist ja so ungefähr die Farbe, die wir haben wollen. Und wenn wir das machen, dann siehst du, dann erreichen wir schon deutlich mehr diesen Look, den wir ja auch eigentlich haben wollten. Ja, wir haben jetzt dieses Orange durch unsere selektive Farbkorrektur und das Bläuliche durch die Farb Balance. Und das Gleiche könnte man jetzt auch noch mal mit den Schatten machen. Kommt, wie gesagt, immer auf das Bild an. Wenn wir hier das Ganze noch mal so ein bisschen nach links ziehen, nicht zu weit, sonst wird es zu arg, aber so ein bisschen eben, dann kommen wir schon ziemlich nahe diesem Orange-NT-Look, den wir ja eigentlich haben wollen. Ja, und ich denke aber, anhand dieser Beispiele siehst du einfach, dass so eine Feinabstimmung durchaus Sinn machen kann, dass man aus dem Look dann auch noch mal ein bisschen mehr herausholen kann. Und ich habe den Look auch noch mal so ein bisschen feiner abgestimmt, sage ich mal, und mir das Ganze einfach als LAT-Datei abgespeichert. Und diese LAT-Datei, die man dann einfach auf Bilder oben drauflegen kann, die kannst du dir gerne kostenfrei auf meiner Patreon-Seite herunterladen, wenn du das möchtest. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung, genauso wie auch den Link zu meinem ausführlichen Affinity-Foto-Komplettkurs. Wenn du also mich und diesen Kanal unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du in die Videobeschreibung reinschaust. Und ansonsten hoffe ich, hören wir uns bald mal wieder in einem meiner nächsten Videos.